Der österreichische Adel ist aus dem Lehnswesen des Mittelalters entstanden und war bis zum Ende der Habsburger Monarchie 1918 von großer Vielfalt in der Rangordnung sowie der sprachlichen, ethnischen sowie religiösen Zugehörigkeit geprägt, welche die europäische Vielfalt der Doppelmonarchie widerspiegelte. Der Hochadel war im Gegensatz zur zweiten Gesellschaft auch als erste Gesellschaft bekannt. 1919 wurde in der Republik Österreich der Adelsstand aufgehoben. Struktur Der österreichische Adel außerhalb der kaiserlichen Familie gliederte sich zuletzt in fünf Ränge. Den einfachen Adelsstand mit der Namensform von bzw. dem Ehrenwort Edler von, den Ritterstand mit der Namensform Ritter von, den Freiherrnstand mit der Namensform Freiherr von, den Grafenstand mit der Namensform Graf von. Im Fall mediatisierter Häuser oft mit der Anrede erlaucht. Den Fürsten stand mit der Namensform Fürst von, oft mit der Anrede durchlaucht. Einige wenige fürstliche Familien besaßen darüber hinaus auch Herzogstitel, die sich auf tatsächliche Territorialbesitzungen beziehen konnten. Daneben gab es zahlreiche ursprünglich aus dem Ausland stammende österreichische Familien, denen die Führung ihrer von anderen Herrschern verliehene Adelsringe auch in Österreich zugestanden wurde. Österreichische Familien, die ihre Adelstitel in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches erhalten hatten, stellten nach dem Ende des Alten Reiches 1806 oft die Bezeichnung »Reichs« vor ihren Titel. Wobei es sich im Fall der zahlreichen Brieffade liegen Familien jedoch um eine soziale Konvention und nicht um eine rechtliche Hörstellung gegenüber. Einem später Geadelten handelte. In Österreich war es üblich, den Adelstitel zwischen dem Vor- und dem Familiennamen einzufügen. Dies wurde nicht nur im amtlichen Schriftverkehr, sondern auch bei Hof so gehandhabt. Adel in der Monarchie Im Gegensatz zu dauerhaft zentralistisch regierten Staaten wie Frankreich gelang es den Habsburger nie, alle wesentlichen regionalen ständischen Machtzentren auf Dauer zu unterdrücken, wiewohl sie nach der Schlacht am Weißen Berg und im Zuge der Gegenreformation nicht katholische Eliten nach Kräften zu eliminieren trachteten und dabei in Böhmen und im Bereich des heutigen Österreich weitgehend erfolgreich waren. Vor allem der ungarische Adel blieb allerdings zu Konspiration und Aufstand bereit und wurde zum Kern der magiaischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. In Ober- und Niederösterreich kam es im 16. und 17. Jahrhundert aufgrund einer Verquickung von religiösen und politischen Interessen zur Frontstellung zwischen dem zunächst mehrheitlich lutherischen Adel und den katholisch-zentralistischen Herrscherinteressen der Habsburger, die Gegenreformation setzte sich jedoch durch. Nach dem oft gewaltsamen Ende der religiösen Konflikte war das Verhältnis zwischen den Habsburgern und dem Adel nicht mehr allzu spannungsgeladen. Während des Barocks ließen nach dem Ende der Bedrohung Österreichs durch das Osmanische Reich Adeliege prächtige Bauten und Gärten in der und um die Residenzstadt Wien errichten, um so nahe wie möglich am Monarchen zu sein und andererseits selbst große Repräsentanz zu demonstrieren. Herausragende Beispiele waren der Türkenbezwinger, Prinz Zeugen von Savoyen mit seinem bis 1723 erbauten Schloss Belvedere und die Fürstenfamilie. Lichtenstein mit ihrem bis 1709 errichteten Gartenpalais Lichtenstein. Im 18. Jahrhundert reflektierte das Adelswesen der Donaumonarchie deren Anspruch als Führungsmacht des Katholizismus in Europa. Auch spanische und irische Geschlechter wurden integriert. Jedem Ausländer war gestattet, sich des aus der Heimat mitgebrachten Titels als eines Ausländischen zu bedienen, wenn er sich über sein Recht ausgewiesen hatte. Die ausländischen Titel durften nicht ins Deutsche übersetzt werden. Da sie der gleichlautenden Adelsstufe in den Staaten der Habsburger Monarchie nicht entsprachen. Nur die von der Republik Haagusa und von den Herzögen von Mailand verliehenen Adelsränge wurden anerkannt. Im Vielvölkerstaat der Habsburger gab es anders als in vielen anderen europäischen Staaten wie Preußen oder Frankreich neben den deutschsprachigen Adelsfamilien auch den Adel aus Ungarn, Polen, Kroatien, Slowenien, Italien und Böhmen. Dessen Adelstitel aber nicht immer miteinander vergleichbar und daher Quelle ständiger Rangstreitigkeiten waren. In den Stammlanden der Habsburger Monarchie sowie in Böhmen und Meeren lagen die Dinge nicht wesentlich anders als im Norden des heiligen römischen Reiches. Im Süden des Reiches war allerdings die Zahl der reichsunmittelbaren Herren und Städte wesentlich höher als im Norden. Andererseits war der Adel in der preußischen Armee stärker vertreten als im österreichischen Heer und anderen Armeen im süddeutschen Raum. Diese Adelsfamilien waren durchweg vermögener als der Adel in Preußen, sodass die jungen Edelleute, zumindest aus finanziellen Gründen, nicht genötigt waren, in den Militärdienst zu gehen. 19. und 20. Jahrhundert Der alte Adel verlor im Zuge der Industrialisierung und des Aufstiegs des Bürgertums im 19. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. Politisch spielte er ab 1861 jedoch im Herrenhaus des Reichsrats noch eine Rolle. Als Teil der sogenannten Dezember-Verfassung bestimmte das heute noch in Geltung stehende Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger in Art. 2. Vor dem Gesetz sind alle Staatsbürger gleich. In Art. 7 wurde jeder Unterhängigkeits- und Hörigkeitsverband für immer aufgehoben. Die gesellschaftliche Praxis zeigte allerdings bis zum Ende der Monarchie, dass Adelstitel ihre Wirkung kaum eingebüßt hatten. Ihre Träger erwarteten sich Vorteile und erhielten sie zumeist auch. Dazu kam, dass mit der Verleihung bestimmter Orden durch den Kaiser das Recht verbunden war, auf Antrag in den Adelsstand erhoben zu werden. In den letzten Jahrzehnten der Monarchie entstand ein Offiziersverdienst- und Beamtenadel, zum Teil an gewählten unhistorischen Namenszusätzen erkennbar. Nobilitierte gehörten der zweiten Gesellschaft an, die weder zur Hocharistokratie noch zum Volk gehörte. Es waren geadelte wirtschaftstreibende Beamte, Künstler, Offiziere und Angehörige der freien Berufe, die trotz erfolgter Nobilitierung in ihrer Mentalität und in ihrem Sozialverhalten zumeist bürgerlich blieben. Die österreichische zweite Gesellschaft bildete ab dem 18., vor allem aber ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Elite des aufsteigenden, teilweise liberalen Bürgertums. Im Jahr 1884 wurden diese Nobilitierungen, die quasi schon fließbandmäßigen Charakter angenommen hatten, dadurch eingeschränkt, dass der Erwerb eines höheren Ordens nicht mehr in jedem Fall mit dem Recht verbunden war, um Nobilitierung ansuchen zu dürfen. Erste und zweite Gesellschaft hatten zwar gesellschaftliche Kontakte im Herr oder im Bereich der Wohltätigkeit, aber das Konubium war sehr eingeschränkt, nur vereinzelt gab es Geldheiraten von Aristokraten mit reichen Töchtern der zweiten Gesellschaft. Das Phänomen, von Voltafus' Ancier-Egime als Kaskade der Verachtung beschrieben, spielte besonders in Österreich-Ungarn eine Rolle, wo viele der frisch nobilitierten Bankiers und industriellen Familien ursprünglich jüdischer Herkunft waren. Typischerweise erfolgten Nobilitierungen dieser Art auch nur bis zum Ritter- oder Freiherrenstand. Die Ränge ab dem Grafenstand waren altadeligen Familien vorbehalten. Die österreichische zweite Gesellschaft bildete vor allem ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Elite des aufsteigenden, liberalen und kaisertreuen Bürgertums. Prinz Kraft zu Hohenlohe in Gelfingen, Standesherr und preußischer General, beschrieb 1897 in seinen Memoieren die Kluft zwischen der altadeligen und der aufgestiegenen Kategorie innerhalb der ersten Gesellschaft im weiteren Sinne. Der Adel besaß gegen Ende der Monarchie nicht mehr dem politischen Einfluss von früher, insbesondere die erste Gesellschaft, deren Einfluss zunehmend von der zweiten Gesellschaft, dem Bürgertum und der Arbeiterklasse verdrängt wurde. Dies spiegelte sich in der von der Dezember-Verfassung 1867 ausgegangenen sukzessiven Demokratisierung des Männerwahlrechts wieder. Bis das Abgeordnetenhaus des Reichsrats 1907 zum ersten Mal von allen großjährigen männlichen Staatsbürgern mit gleichem Stimmgewicht gewählt werden konnte. Das Herrenhaus 1861 bis 1918 Das Herrenhaus war dem britischen Haus auf Lourdes durchaus vergleichbar. In diesem Oberhaus hatten 106 Familien einen erblichen Sitz und saßen neben kaiserlichen Prinzen und den Kirchenfürsten. Zu diesen Familien zählten drei souveräne Häuser, Lichtenstein, Sachsen-Koburg und Gotha, Schaumburg, Lippe, 16 mediatisierte Fürstenhäuser, nach Rangfolge, Lobkowitz, Dietrichstein, Auersberg, Fürstenberg, Schwarzenberg, Turn- und Taxis, Koloridu, Kevenhüller, Hohenlohe, Langenburg, Stahemberg, Samreitz, Orsini, Rosenberg, Schönburg, Hartenstein, Metternich, Windisch, Gretz, Trautmannsdorf. 16 andere Fürstenhäuser, nach Rangfolge, Dietrichstein, Lubomirschi, Passia, Lamberg, Kinski, Clary, Paar, Chaterischi, Sangusko, Rohr, Windisch, Gretz, Kolalto, Sapiha, Montenovo, Beaufort, Thun, vier mediatisierte Grafenhäuser, nach Erwerb der Reichsstandschaft, Schönborn, Wurmbrand, Küffstein, Harrach. 64 griffliche Geschlechter in alphabetischer Reihenfolge Abensberg und Traun, Altene, Tems, Badny, Brandesburg, Woj, Clem, Martinik, Kuleoni, Cezanin, Desvorst, Dobzhinsky, Falkenhain, Fünfkirchen, Gösgudenus, Goluchowski, Hadeck, Hauchwitz, Herberstein, Hoyos, Kainuki, Kaunitz, Kinski, Kulorid, Lamberg, Langkoronski, Leuiki, Lodron, Ludwigsdorf, Menzdorf, Pauli, Meran, Miniskalchi, Montekokoli, Nostitz, Papa Favar, Podstatzki, Prosenowicz, Portoki, Schlick, Sedelnitzki, Sereni, Sternberg, Tarnowski, Thun und Hohenstein, Thun, Walzer, Sena, Traps, Ungnade von Weißen, Wolf, Venier, Vetter, Prinz, Waldstein, Waltersgirchen, Wassilko, Sereki, Wratislav, Westfalen, Wittmann, Sedelnitzki, Zirotin, Neun freiherrliche Geschlechter in alphabetischer Reihenfolge, Dallberg, Gudenus, Hagellberg und Landau, Kotz, Locateli, Ludwigsdorf, Sternbach, Waltersgirchen, Wassilko, Sereki, Dreimark, gräfliche Geschlechter, Canossa, Kavrieni, Geidi, die 106 Familien im Herrenhaus nach der strengen Rangfolge gezählt, gehörten zu den illustristen Adelsgeschlechtern der österreichischen Reichshälfte der Doppelmonarchie. Nicht zum Herrenhaus gehörten die ungarischen Adeligen, die im Magnatenhaus in Budapest ihren Sitz hatten. Vereinzelt berief der Kaiser nicht Adelige oder Nobilitierte der Zweiten Gesellschaft aufgrund ihrer Verdienste auf Lebenszeit ins Herrenhaus. Seit 1907 konnten Mitglieder des Herrenhauses auch für das Abgeordnetenhaus kandidieren, während der Abgeordnetentätigkeit ruhte ihre Mitgliedschaft im Oberhaus. Die Herrenhausmitglieder nützten ihr Mitbestimmungsrecht in der Gesetzgebung Cis-Litheniens sehr unterschiedlich neben pflichtbewussten Mitgliedern. Gab es auch solche, die sich im Haus nie sehen ließen. Das Herrenhaus wurde vom republikanischen Staat Deutschösterreich am 12. November 1918 abgeschafft. Seine Mitgliederlisten und Sitzungsprotokolle sind auf einer Website der österreichischen Nationalbibliothek alex.on.ag.at zu lesen. Nach dem Ende der Monarchie. Am 3. April 1919 wurden, der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge, sowie bloß zur Auszeichnung Verliehene, mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhange stehenden Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge deutsch-österreichischer Staatsbürger aufgehoben. Die Führung von Adelsbezeichnungen, Titeln und Würden wurde unter Strafe gestellt. Das Gesetz trat am 10. April 1919 in Kraft und gilt bis heute. Das 1920 beschlossene und in novellierter Form auch heute gültige österreichische Bundesverfassungsgesetz stellt in Art. 7 fest. Besonders der Beamtenadel der zweiten Gesellschaft empfand diese republikanische Vorgangsweise als degradierend, weil die Standeserhöhungen die vielfach ersehnte soziale Krönung für die Beamteten Adelswerber und deren Familien gewesen war. Die Mitglieder des ehemaligen Hochadels konnten die formale Enttadelung leichter verschmerzen. Sie verloren zwar formal ihre Titel und Privilegien, pflegten aber weiterhin ihre gesellschaftlichen Umgangsformen und behielten ihre Besitztümer. Michael Heinisch, Bundespräsident von 1920 bis 1928 nannte die offizielle Abschaffung des Adels. Die Abschaffung der adeligen Namen wird von konservativen Gruppierungen bis heute als Menschenrechtsverletzung betrachtet. Da es sich 1918 bei allen adeligen Namen lediglich um individuelle Persönlichkeitsrechte der Namensbezeichnung handelte und sie nicht mehr mit Standesrechten oder anderen rechtlichen Vorteilen verknüpft waren. Eine der österreichischen Regelung ähnliche Rechtsvorschrift wurde in der neuen tschechoslowakischen Republik schon im Dezember 1918 kundgemacht. Obwohl in der alten Monarchie auch olddeutsche bzw. deutschnationale Bestrebungen von Adeligen mitgetragen wurden, hielt sich die allgemeine Begeisterung des ehemaligen österreichischen Adels für den Nationalsozialismus in Grenzen. Grund dafür war die katholische und monarchistische Einstellung des Großteils des österreichischen Adels. Eine gewisse Rolle spielten dabei auch die antipreußischen Resetimas des österreichischen Adels gegenüber dem Deutschen Reich, unter anderem Gruppen wie die österreichische Aktion. Ein entscheidender Faktor jedoch war die politische Haltung des österreichischen Thronprätendenten Otto von Habsburg, der im Gegensatz zum deutschen Kronprinzen Wilhelm von Preußen oder dessen Bruder SA-Obergruppenführer August Wilhelm von Preußen den Nationalsozialismus von vornherein ablehnte. Dies lag auch an der tiefen Abneigung Hitlers gegenüber dem Vielvölkerreich der Habsburger, der diametral zu all seinen Vorstellungen war. Folglich lehnte auch die legitimistische Vereinigung katholischer Edelleute in Österreich und der Großteil ihrer Mitglieder, im Gegenteil zur sogar rassistisch ausgerichteten deutschen Adelsgenossenschaft, den Nationalsozialismus ab. Zudem unterstützten viele Angehörige des österreichischen Adels den Ständestaat, der die Nationalsozialistische Partei verboten hatte, aktiv als Offiziere oder Beamte. Als Folge wurde eine Reihe von österreichischen Adeligen nach dem Anschluss Österreichs verhaftet und ermordet. Viele österreichische Adelige waren im aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus, wie Hans-Karl Zessner Spitzenberg, Hans-Georg Heinz Schill-Heineck, Erwin Lahausen-Vivremont, Josef Frankenstein, Josef Trautmannsdorf-Weinsberg und seine Frau, Hans Hammerstein-Eckwurt, Peter Rivaterra-Salantra sowie Maximilian Hohenberg und Ernst Hohenberg. Andererseits gab es Adelige, die dem Deutschen Reich sehr verbunden waren, wie Maxigon II. Zu Fürstenberg, der die meiste Zeit in Deutschland lebte. Fürstenberg trat Mitte 1933 der NSDAP und der SA bei und wurde 1938 zum SA-Standartenführer ernannt. Andere versuchten bereits vor dem Anschluss der NSDAP beizutreten. Unter den österreichischen Adeligen gab es begeisterte Nationalsozialisten. Katholisch motivierter Antisemitismus traf sich mit wiederbelebten Herrschaftsfantasien und der Attraktivität neuer ideologischer Versatzstücke. Schon im Ständestaat hatte sich der nationale Flügel unter Johann Hadeck und Johann Gudenus vom regierungsfreundlichen Kurs der meisten anderen Standesgenossen distanziert. In Tschechien wurde der Adel von der Tschechoslowakischen Republik bereits durch das Adelsgesetz vom 10. Dezember 1918 aufgehoben und eine Bodenreform durchgeführt wurde. Erhielt der Teil des ehemaligen Adels, der sich 1938-1939 zur tschechischen Volkszugehörigkeit bekannt hatte. 1945 seinen vom NS-Regime entzogenen Besitz zurück bis dieser ab 1948 vom kommunistischen Regime neuerlich enteignet wurde. Nach 1992 erhielten die ehemals adeligen Tschechen ihre entzogenen Schlösser zurück Z. B., die ehemals fürstlichen Familien Schwarzenberg und Lobkowitz. Dass den Söhnen des 1914 ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand gehörige Schloss Gonopisch in Tschechien wurde der Familie Hohenberg nach 1918 entzogen und bis dato nicht zurückgestellt. Die Fürstenfamilie Lichtenstein hat ihren 1945 entzogenen Besitz in Tschechien ebenfalls nicht zurück erhalten. Die Lichtensteiner unterlagen als Habsburger eines souveränen Staates 1938-1939 nicht der Verpflichtung, sich für Deutschtum oder Zechentum zu entscheiden. Sie wurden aber von Edward Benesch 1945 den zu enteignenden Deutschen zugerechnet. Die ehemaligen Adelsfamilien in den alten Stammlanden der Habsburger konnten ihre Position als Grundbesitzer auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend behaupten, da die nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone eingezogenen Güter nach dem Staatsvertrag 1955 zurückerstattet wurden. Der Familienfideikommis der Familie Habsburg-Lothringen wurde 1919 als einziger in österreichischen Staatsbesitz übergeführt. Von Bundeskanzler Kurt Schuschnig 1935 teilweise rückerstattet und vom NS-Regime nach dem Anschluss Österreichs 1938 neuerlich enteignet. Er befindet sich seit 1945 wieder in österreichischem Staatsbesitz. Seit 2005 gibt es die Vereinigung der Edelleute in Österreich, sie betrachtet sich als Nachfolger der kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründeten, aber erst seit 1922 wirklich aktiven und von den Nationalsozialisten 1938 verbotenen Vereinigung katholischer Edelleute in Österreich. Nachdem vom österreichischen Innenministerium im Februar 2006 zunächst die Auflösung des Vereins betrieben worden war, wurde im November 2006 beschlossen, das Auflösungsverfahren einzustellen. Die Mitglieder des Vereins seien zur Nacht dem Adelsaufhebungsgesetz in Österreich nicht zur Führung eines Adelstitels berechtigt, würden aber weiterhin dem historischen Adel angehören. Davon unbenommen ist freilich das Führen des Adelstitels außerhalb Österreichs, wo die Titel teilweise anerkannt werden. Der frühere Adel ist heute in Österreich ein historisches und gesellschaftliches Führungsphänomen, politisch und rechtlich aber bedeutungslos. Witze über die Grafen Bobby und Rudi sind selten geworden. Nach wie vor präsent sind Vertreter des ehemaligen Adels jedoch in der Regenbogenpresse. Angehörige ehemaliger Adelsfamilien sind zudem relativ häufig in der Wirtschaftselite zu finden. Eine Studie zeigte, dass solche Personen in Österreich sechsmal wahrscheinlicher innerhalb der heimischen Wirtschaftselite zu finden sind als außerhalb. Siehe auch. Genealogisches Taschenbuch der Adeligenhäuser Österreichs.